Hallo, ich habe heute ein Buch für euch aus dem Carlsen Verlag und zwar nur drei Worte von der Becci Albertalli. Das Ganze ist ein Hardcover, schauen wir mal unter dem Schutzumschlag. Der sieht so aus, finde ich total schön irgendwie. Das Buch hat 310 Seiten und kostet 16,99 Euro. Altersempfehlung bin ich mir jetzt nicht sicher, deshalb sage ich da lieber nichts. Und, keine Ahnung, ich glaube ab 14, ab 12, ich glaube ab 14 ist es. Ich habe das Buch damals das erste Mal beim Pierre von Ich liebe Fantasy Bücher gesehen. Der hat ja total geschwärmt davon. Und dann auf der Leipziger Buchmesse ist es mir auch nochmal ins Auge gesprungen. Und da dachte ich, ja gut, okay, jetzt liest es einfach mal, denn es klingt wirklich interessant, der Klapptext. Und ja, ich wollte einfach wissen, wie ist es jetzt? Weil ich habe schon ganz unterschiedliche Meinungen dazu gehört und ja, wollte mich jetzt einfach mal überraschen lassen. Es geht um den 16- oder 17-jährigen Simon und um Blue. Simon ist schwul, weiß das auch schon eine ganze Weile. Der hatte früher auch Freundinnen, aber das hat irgendwie nie so funktioniert. Allerdings hatte er noch nicht sein großes Coming Out und ist eigentlich so immer am Überlegen, Wie macht es am besten? Wie sagt es am besten? Bleibt alles so, wie es ist oder verändert sich viel? Wie reagieren seine Eltern? Ja klar, seine Eltern sind eigentlich total cool und er weiß eigentlich, dass die das auch nicht so schlimm irgendwie aufnehmen würden oder irgendwas. Er hat halt Angst, dass da eine Riesensache draus gemacht wird. Und ja, er schreibt sich mit einem aus seiner Schule, das weiß er, so viel weiß er, dem Blue. Er weiß allerdings nicht, wer das ist und Blue ist auch schwul und die beiden mögen sich und verstehen sich und können so ein bisschen auch über alles reden, aber es weiß keiner von den beiden, wer hinter dem jeweiligen Synonym da steckt. Und natürlich versucht jetzt Simon irgendwie rauszufinden, wer hinter Blue steckt, denn er ist ja doch neugierig und er verliebt sich ja dann auch so ein bisschen in den Blue und in die E-Mails, weil er merkt, er kann mit ihm über alles reden und dem geht es auch so und er schreibt so toll und ja, eines Tages hat er dann sein großes Coming Out, wenn auch unfreiwillig und natürlich treffen sich dann auch Simon und Blue und er erfährt, wer da hinter dem E-Mail-Schreiber steckt und ja, ob es jetzt dann so die große Liebe ist oder nicht und ob es der ist, den er erhofft hat und den er erwartet hat, das verrate ich euch natürlich nicht. Das Buch ist aus der Sicht von Simon geschrieben, unterbrochen von den zwei E-Mails der beiden, also zwischen uns unterbrochen immer mal wieder von den E-Mails, die sich die beiden da hin und her schreiben und ja, wie hat es mir gefallen? Wie gesagt, ich habe jetzt schon beide Seiten gehört, die einen, die mochten es überhaupt nicht, die anderen haben es total geliebt. Ich muss sagen, mir hat das Buch gut gefallen, ich mochte es. Der Schreibstil, okay, er ist nicht einfach. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich in das Buch reingekommen bin, weil Simon hat doch irgendwie eine, was heißt, eigenartige Denkweise. Er ist sehr sprunghaft in seiner Denkweise und er denkt auch gern mal um die Äcker und er denkt auch gern mal völlig sinnloses, nutzloses Zeug, was jetzt irgendwie da gar nichts zu tun hat und schweift auch ganz gerne mal ab mit seinen Gedanken. Und so ist natürlich auch das Buch geschrieben, redet dann halt von der, ich bin in dich verliebt, plötzlich kommt er dann zu, ich mag Oreo-Kekse und esse die am liebsten mit Milch und in sich aufgelöst und irgendwas und so ist halt auch der Schreibstil. Das hat mir am Anfang ein bisschen Probleme gemacht, also da dachte ich auch so, hm, was für ein komischer Typ und komische Denkweise, aber irgendwie hatte ich mich dann dran gewöhnt und irgendwann hat es dann plötzlich Klick gemacht und plötzlich dachte ich so, hey, Simon, den mag ich eigentlich total gern. Also ich hatte irgendwann auch nicht mehr das Gefühl, ich lese hier ein Buch von einer Autorin, sondern ich hatte wirklich zwischendrin das Gefühl, da schreibt jetzt ein junger Mann oder ein Teenager und über seine Gefühle und über sein Denken und ja, wie gesagt, nicht, dass es irgendwie in Buchform von einer Autorin ist, sondern dass da wirklich einer dahinter steckt. Simon war einfach total sympathisch irgendwann und ich wollte dann irgendwann auch wissen, hey, wer steckt denn jetzt eigentlich hinter dem Blue, wer ist denn das jetzt eigentlich und hab da selber mitgeraten und mitgefiebert. Okay, so ab der Mitte dann hatte ich dann einen Verdacht, der hat sich dann auch klar bestätigt und, ähm, aber dann wollte ich auch wissen, so das erste Zusammentreffen und Simon hatte zwischendrin immer so einen kribbelnden Bauch und ja, da hab ich auch viel an meine Zeit früher gedacht, an mein erstes Verliebtsein und es hat mich auch, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, es hat mich jetzt nicht gestört, dass es jetzt hier um zwei Jungs ging, oder? Also, weil, warum sollen die anders lieben wie wir oder warum sollen die anders lieben, wie ich früher geliebt habe und, ähm, da hab ich mich viel an meine Zeit früher zurück erinnert, so, wo ich das erste Mal verliebt war und das erste Mal die Schmetterlinge im Bauch hatte und, ähm, auch schüchtern war, irgendwie nicht wusste, wie, wie, wie soll ich sagen oder überhaupt, wie spricht man denn jemanden drauf an, ob er jetzt, ähm, der Blue ist und ob er jetzt schwul ist, wie, wie, wie macht man das, wie reagieren die Freunde drauf und wie reagieren die Eltern drauf und so und ich fand das wirklich, ich fand's ein schönes Buch. Mir hat's gefallen, ich war auch sehr schnell durch, also, ich hab's innerhalb von zwei, drei Tagen durchgehabt und durchgelesen. Man darf jetzt hier nicht die super Action und, ähm, mega kitschige Love Story erwarten. Das ist es auf keinen Fall und das fand ich auch gut, sondern es ist, ähm, wirklich ein Teenager-Roman über die erste Liebe und über die Liebe und über das große Thema Coming Out und ich fand das auch sehr interessant, mal zu lesen. Es war das erste Buch, was ich auch so in die Richtung, ähm, gelesen habe. Hab vorher noch nicht irgendwie so in die Richtung geleben und fand's wirklich toll. Also, mir hat das Buch gefallen. Ich mochte es sehr, ich mochte Simon sehr, ich mochte die Charaktere da drin sehr. Ich mochte vor allem die Abby, da gibt's die Abby, das ist sowas wie seine beste Freundin, die mochte ich auch. Ein paar Charaktere, mit denen bin ich nicht so warm geworden, aber das ist ja auch okay, das ist ja auch nicht schlimm und, ähm, also ich kann's, wenn man so ein bisschen eine andere Liebesgeschichte und eine leichte Liebesgeschichte lesen möchte, dem kann ich's wirklich empfehlen. Mir hat's Buch gefallen, ich fand's wirklich toll und ich sag, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Ciao.